Für wirklich brauche ich dich jetzt nun auch wieder nicht, außer dass du mir, dass du dir hier den Arsch abfrierst. Geil, was können wir basteln, hm? Assassinschuhe? Gibis Kapuze, Gibis Tunica, Eterna Helm, Thorium, ja leuchtende Thorium, bei anderen haben wir noch nicht, alter Stoff, hm, Schärfen, Was kriegen wir denn hier alles? Ah, ne, lassen wir mal, was können wir hier alles benutzen, Feinlederhandschuhe, okay, können wir auch alles nicht gebrauchen, gut, gut. Machen im Lager, ne Leiche, okay, also hier gibt es leider nicht mehr viel, was ich benutzen hätte können, die sind alle zu, schade. War ich hier schon drin? Ja, hier war ich schon drin, okay. Hier war ich noch nicht drin, aber hier ist es auch nicht. Ne, mhm, hm. Kann man nicht hochgehen. Ah, da. Bäm. Da war jetzt keine Löwe mehr. Oh. Na? Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Da drinnen könnte man den Bass machen. Aua. Der Typ hat mich angefallen. Das ist ja weh. Verschlossen, wie erwartet. Ja, bloß wie. Wenn wir Schwarzpulver hätten, dann könnten wir es vielleicht aufsprengen. Äh, wo sollen wir so viel Pilger herbekommen? Das ist die Frage. Aber Nordwind war ein Schürferdorf und ich meine unten beim Stolleneingang eine Art Lager gesehen zu haben. Ich schlage vor, du siehst dir das mal an. Ich lege in der Zeit den Eingang frei. Gut, gut. Gut, gut. 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 Was ist da unten irgendwas? So, ich würde sagen, ich speichern deshalb vorher mal. Und ich snack mir eine Brezel oder sowas. Oh, was wir jetzt alles haben. Das ist schon... Gut, gut. Oder ein bisschen Kohl. Hier rein Kohlger. Das reicht für zuerst, du. Ja, komm. Jetzt haben wir alles mit ihr fertig gemacht. Und hier ist nichts... Ah super Hier waren wir doch gerade Ach so Ich soll ins Minenlager gehen Hey Ich mag euch nicht Wisst ihr das? Fokus So Ah Lebensenergie bitte Huh mein Junge Ihr Spinnen seid aber ein ganz schön ekelhaftes Volk Wisst ihr das? Asche, Asche Alles leer Ah Aber eine Truhe Drei Litrische Ein paar Tränke Ah Deshalb war das Ding so schwer Deshalb hat die Mission drei Sterne bekommen Weil da so ein paar So Und jetzt in Deckung Nette Sachen waren Ja Gut Dann mal rein So kann man das auch natürlich machen Ja Ja aber ich möchte nicht durch das Feuer laufen Was zum Atmen Kalia Einfach atmen Verzeih Verzeih mir Das Der Anblick kam unerwartet Ich schätze jetzt wissen wir zumindest was mit Dalgalas Dienern und Lehrlingen passiert ist Ähm Ja das Diesen Anblick habe ich nicht erwartet Aber es war nicht falsch Mach dir keine Sorgen Schauen wir mal Ein idealistischer Graf Ein abgelegenes Schloss Und ein Artefakt Das die Hohen verpistet haben Wäre doch naheliegend oder? Durch die Hauptpforte kommen wir aber nicht hinein Lass uns nach einem Seiteneingang suchen Was? Wieso haben wir denn gerade Wir hätten auch schon am Anfang einen Seiteneingang suchen können Ja Ähm Hallo Ähm Einen Seiteneingang zum Schloss finden Da kommen wir nicht rein Okay Achso Es ist hier aber auch nicht besonders nett Ne Stelle Tufeisenägel Ein Rucksack Mit ein bisschen Zeug Ich schriftet das Papier. Ich weiß, aber es ist unser Meister. Willst du das, was willst du also tun? Ein Jahr noch, dann haben wir genug Rorschmeren. Um uns zu halten. Immer erst die genötigt hat. Das gefällt mir hier alles nicht. Aber wir haben ein Symbol der Macht gefunden. Also die Lehrlinge sind auch nicht so ganz zufrieden mit dem Meister. Küche. Gut, mal gucken, was in der Küche ist. Ja? Da ist was in der Küche. Wein ohne Ende. Heißt aber eine Kelche. Und noch mehr Wein. Oh mein Gott. Äh. Nein. Wie? Vierhauerfleisch. Käserad. Verdammt. Ah. Gut, gut, gut. Ich würde sagen, das Ding wird abgelegt. Was haben wir denn hier noch? 460. Okay. Äh. Äh. Schaden. Mhm. Tut mir leid, aber. Ich kann ich nicht mitnehmen. Aber. Münzen gehen immer. Gewürze. Ah, wo ist hier? Scheinbar haben hier auch ein paar Magier gelebt. Ja, eigentlich waren es nur Magier, ne? Salz. Okay. Was hat der denn da? Ah, Geistertuch. Geistertücher sind doch immer geisterhaft. So, gut. Hier kommen wir nicht rum. Bedeutet. Andere Seite. Oder? Gibt es hier sowas wie einen Eingang. Ups. Nein, 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 nein. Hier gibt es keinen Eingang. Doch, da. Das sehen alle nicht so besonders geil aus. Schmiede. Morgenluftkampf, Frostgift. Oh, wie cool. Eisenwaren, Eisenerz. Ja? Oh. Was machst du denn hier? Jetzt hätte ich ja nicht gedacht, dass so einer hier ist. So. Müssen wir nur dafür was basteln. Denn an so viel Zeug kommen wir nicht mehr ran. Kann ich hier was basteln? Kann ich die Schmiede benutzen? Der Stein zerbröselt in unserer Hand. Ach nee, nein.